Für mich ist es auch wirklich ein Traum wahr geworden, dass man ein Buch machen kann, wo man die Einfachheit in den Mittelpunkt stellt und jetzt kommt es nicht am Produkt sparen muss. Meistens ist es so, wenn es immer einfach ist, ja viel mit Hackfleisch, weil die einfach mit billig verwechseln und dass man großartige Lebensmittel nimmt und die ohne viel dafür tun in Szene setzt. Jedes Produkt wird in den Mittelpunkt gestellt und die möglichst beste Zubereitung gezeigt und fertig. Der letzte Schwung ist bei uns in der Großartigkeit des Weglassens. Der letzte Schwung ist in der Großartigkeit des Weglassens. Der letzte Schwung ist in der Großartigkeit des Weglassens.